Mein rechter, rechter Franzisle, ich wünsche mir jetzt den Schatz hierher. So, die Familie ist weg und überhaupt nicht. Gott sei Dank, wir hatten einen wunderschönen Abend und ich wünschte jeder hätte so einen wunderschönen Familienabend wie hier. Aber jetzt haben wir endlich mal Zeit, um ein paar Grüße an Freunde und die anderen Familienmitglieder zu senden, die heute nicht bei uns waren. Wir haben schon so viele Weihnachtswünsche bekommen und wir haben keine Zeit gehabt, euch auch welche zu senden. Und das machen wir jetzt. Also, schöne Weihnachten, egal wo ihr seid, egal mit wem ihr seid. Und ja, wir sind dankbar, wir hatten tolles Essen, wir hatten tolle Menschen und so Weihnachten müsste jeder warm. Und vielleicht sehen wir uns hoffentlich im neuen Jahr. Vielleicht müssten eigentlich mal alle hier einladen, aber dann haben wir nicht genug Stimme. Nee, das reicht nicht. Na gut, wir hatten ja gerade eine Hochzeit. Die kann gut reden, ne? Ja. Die kommen ja nicht zum Reden. Jetzt mal du. Ich mache lieber schöne Bilder. Na, dann machen wir eins. Knips. Knips. Schöne Weihnachten. Allen. Das muss ich ausmachen. Oh, halt. Oh, ich wollte das immer so gut. Das war jetzt keine Absicht. Stop. Stop. Ja, ja, ja.